Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute ist der 22. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 720 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Wunschliste Pixel 4, Samsung Falted, Xiaomi, iPhone SE 2, Ausblick und Google Fotos Backup. Ich beginne mit der Amazon Wunschliste. Aktuell liefert ja Amazon im Digitalen, wie viele Händler auch schon im Analogen, diese Weihnachtsgeschichten aus. Überall hat es Lebkuchen und Weihnachtsgeschenkideen, Glühwein und alles Mögliche. Das beginnt ja jedes Jahr ein bisschen früher. Bei Amazon ist es einfach so, dass die Top-Listen für Kindergeschenke und für Sportgeschenke etc. die werden nicht als Werbung geführt und das sollten sie eigentlich tun, denn man bezahlt bis zu 20 Millionen Dollar, um da in die oberen Ränge zu kommen. Also wenn ich ein Kinderspielzeug habe und das da schön gelistet haben möchte, kostet mich das 20 Millionen Dollar oder bis zu 20 Millionen Dollar, wenn es ganz vorne sein muss. Und das ist gewissen Leuten ein Dorn im Auge und finde ich auch zu Recht. Und deshalb, ja, Amazon seit nie ist nicht so, aber mal schauen, wie das dann schlussendlich rauskommt. Sollt euch einfach auch bewusst sein, die Dinge, die oben auftauchen, werden gut bezahlt. Amazon verdient da nicht nur in eine Richtung. Der DxOMark hat das Pixel 4 natürlich auch getestet. Und ja, die Resultate liegen jetzt vor. Das Pixel 4 macht sehr gute Fotos, aber nicht die besten. Die Triologie, die Top 3 steht nach wie vor fest. Platz 1 das Mate 30 Pro, dann gefolgt vom Galaxy Note 10 Plus und dann OnePlus 7 Pro. Das Pixel kommt dann vierter Stelle. Ja, weiter geht es mit Samsung. Die falten ja seit kurzem wieder, sprich das Telefon gab es ja seit letztem Freitag bei uns, zumindest in der Schweiz, auf dem Markt. Und keine 24 Stunden später war es anscheinend schon ausverkauft. Man munkelt ja die Zahlen, oder die Geräteanzahl war nicht so hoch, aber anscheinend sind es insgesamt über, ja weltweit gesehen, über 500.000 Geräte, die über die Ladentheke gegangen sind, gewandert sind. Insgesamt will man bis 2021 10 Millionen faltbare Geräte verkaufen. Bis Ende 2020 sollen das 6 Millionen Smartphones sein, 3 Millionen Smartphones sein davon. Der Rest irgendwie sollen nicht nur Smartphones sein, sondern auch gefaltete Notebooks und solche Dinge. Da darf man ja gespannt sein, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird bei Samsung. Wenn wir gerade in Richtung Ausblick unterwegs sind, auch Xiaomi hat ein bisschen in Richtung 2020 geschaut und gesagt, man will mehr als 10 Smartphones mit 5G-Konnektivität raushauen. Das heisst, wir werden im nächsten Jahr wieder mal einige neue Modelle aus dem Hause Xiaomi sehen. Und auch ein neues Modell soll es geben. Ist ja schon länger in den Gerüchten. Wir sind ja gerade schon so schön in den Gerüchten. Das iPhone SE soll mit einem verbesserten Antennendesign daherkommen und Anfang 2020 auf den Markt kommen. Alles drumherum. Ein schönes Telefon soll es werden für circa 400 US-Dollar. Das wäre ja mal ein schöner Preis für ein Einstiegs-iPhone. Auch, da gibt es von Bloomberg wieder mal ein bisschen Gerüchte oder Prognosen, wenn man es so sagen möchte, im nächsten Jahr kommen soll. Die AR-Brille von Apple sowie die Apple Watch mit Schlafüberwachung. Da hat die Apple vor 1, 2, ist schon drei Jahre her, Berit dazu gekauft. Das ist eigentlich sinnig, dass es in die Richtung gehen muss. Und es sollen die ersten AR-Macs im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Somit freue ich mich, denn im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr könnte ich wieder mal was updaten in der Richtung. Zu guter Letzt gibt es noch was, was schön geklungen hat, aber anscheinend kein Feature, nur ein Bug ist. Die Geschichte rund um kostenloses Backup von HIC-Bildern, also den iPhone-Bildern in der Google Cloud, die plötzlich ins Unendliche gegangen sind, hat sich als Fehler ausgewiesen und wird nächstens durch ein kleines Update auch wieder behoben. Um was ging es? Pixel 4 Kunden waren empört, dass sie nicht mehr den unbegrenzten Speicherplatz hatten. Das hat früher die Pixel phones ausgezeichnet, sondern nur in kastrierter Version Bilder hochladen konnte, ohne dass es angerechnet wurde. Und vor kurzem wurde eben bekannt, dass Bilder, die im HIC-Format auf dem iPhone vorliegen, in die Google Cloud gespeichert werden, in unendlicher Menge da oben Platz finden. Das Ganze hat einen technischen Hintergrund. Was genau das ist und wie genau das funktioniert hat, das könnt ihr nachlesen. Link dazu in den Shownotes, wer es genauer wissen möchte. Kleine Vorwarnung zu der Giktok Daily. Morgen am Mittwoch könnte es sein, dass ich sie erst im Laufe von morgen aufzeigen werde, denn ich bin heute den ganzen Tag an der Connecta in Bern unterwegs. Wer da vielleicht auch unterwegs ist, darf gerne mal kurz Hallo sagen. Ich habe ein Mikrofon dabei. Man darf auch kurz ins Mikrofon sprechen. Nee, Scherz am Seite. Spass beiseite. Ich werde einen kleinen Vortrag zum Thema Podcasting halten und auch einen Podcast aufnehmen zu der Connecta rundherum, was da alles so passiert. Das war's von mir und heute. Euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.